Hier haben wir ein neues Produkt, mit dem machen wir die Track Inspection. Da kontrollieren wir, ob die Befestigungen noch intakt sind, ob die in der richtigen Position stehen, ob die Schiene okay ist, ob die Spurweite stimmt und auch die Oberfläche der Schiene wird kontrolliert. Das ist unser neuestes Produkt.